Chris O'Neill hat die Papiere unterschrieben, jetzt ist es vorbei, Chris O'Neill ist ein gewiefter Geschäftsmann. Er hat seinen Fürstentitel aufgegeben, um sein Berufsleben fortsetzen zu können, ohne dass seine Ehe mit Prinzessin Madeleine zur Bremse wird. Aber Chris' Geschäfte gingen auf und ab. Sein Unternehmen Wilton Pariments, das sich auf Zahlungslösungen spezialisiert hat, war mehrfach in der schwedischen Presse zu finden. Expressen berichtete, dass Wilton Pariments seit mehreren Jahren Verluste macht und dass das Unternehmen selbst so klein ist, dass es nicht nötig ist, einen vollständigen Jahresbericht zu erstellen, Chris O'Neill verlässt das Unternehmen, Unterlagen eingereicht. Svenskdam kann nun berichten, dass Chris O'Neill ein anderes Unternehmen in der Krise verlassen hat. Chris wurde im Mai 2012 Partner bei Gloster Rhein LLP. Das Unternehmen war damals unter dem Namen Dr. Foster Holdings LLP bekannt. Bei Companies House, der für die Eintragung von Unternehmen in England zuständigen Behörde, kann man jetzt sehen, dass Chris das Unternehmen verlassen hat. Es geschah still und leise am 29. August dieses Jahres. Die offiziellen Unterlagen gingen am 25. September beim Companies House ein. Chris verlässt das Unternehmen, nachdem die Gloster Rhein LLP eine schwierige Zeit hinter sich hat. Das britische Kreditinstitut Endola hat die Situation des Unternehmens schon seit einiger Zeit ziemlich düster analysiert. Sie hatten zuvor die Einschätzung abgegeben, dass die Gloster Rhein LLP am Rande des Konkurses steht. Krise für Chris O'Neill Das Unternehmen verfügt über ein Gesamtvermögen von 8,68 Millionen Pfund, das sind fast 100 Millionen Kronen. Als das Unternehmen noch Dr. Foster Holdings LLP hieß, war der gesamte Barmittelbestand viel größer, über 170 Millionen schwedischen Kronen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit Chris bei Gloster Rhein LLP verbracht hat. Man kann wohl davon ausgehen, dass er Wildton Parlements immer noch als sein Kerngeschäft betrachtet. Chris sprach über diesen Teil des Geschäfts, als er und Madeleine in der SVT-Sendung Skaflern zu Gast waren, Ich habe jetzt aufgehört, mit Privatkunden zu arbeiten und beschäftige mich stattdessen mit elektronischen Zahlungslösungen für große Unternehmen. Meine Aufgabe ist es, Geschäftslösungen für große Unternehmen in Europa zu finden, sagte Chris damals.